Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von DAX Check Live. Heute in einer verkürzten Handelswoche. Dienstag ist es schon und der DAX steuert womöglich auf ein neues Jahreshoch zu. Wir sehen auch schon die ersten Kurse. Tatsächlich 15.970 Zähler, knapp unter dem Tageshoch von 15.979. Die 16.000 rückt immer näher und das im Vorfeld von zwei wichtigen Notenbank-Sitzungen. Diese Woche endlich wieder Notenbank-Time. Die FED am Mittwoch EZB. Am Donnerstag gibt es endlich wieder mal was von den Währungshütern zu vermelden. Möglicherweise legen Sie den Grundstein, damit wir vielleicht auch noch das Allzeithoch bei 16.290 Punkten sehen werden. Wir schauen mal auf den DAX Chart, wobei den gibt es glaube ich nicht, aber den kennen Sie. Wir haben heute mal wieder ein paar kleinere technische Probleme. Das heißt, wir mussten improvisieren. Dann kommen wir also zum Thema Unternehmen gleich, nachdem wir den DAX uns bildlich vorstellen müssen. Und deswegen, das ist gleich mal Bayer. Wie gesagt, wir mussten improvisieren, haben uns schöne Bilder gezeichnet. Und das ist eben der Bayer Chart, die Bayer Aktie heute Morgen mit Ex-Dividende. Das heißt, 2,40 Euro werden hier abgezogen. Sie sehen vielleicht hier die weiße Kerze da am Ende. Die ist schon von heute Morgen, zuletzt ja die Aktie bei geringen Umsätzen tendenziell in Richtung Süden unterwegs, in Richtung GD 50, der natürlich jetzt unterschritten durch den Dividendenabschlag. Sie sehen auch hier die stabile Unterstützung im Bereich 55 Euro. Die sollte natürlich nicht unterschritten werden. Grundsätzlich sind wir ganz positiv, was Bayer eingestellt ist. Will Anderson wird bald neuer Vorstand und er sollte doch dem Unternehmen neues Leben einhauchen. Er hat zwar der Aufspaltung erst mal eine Absage erteilt, aber ich glaube, dass da schon einiges an Druck auf Anderson zukommt und er vielleicht dann auch nachgibt. Bleibt auf jeden Fall eine spannende Geschichte und wenn es zur Aufspaltung kommen sollte, dann wäre die Aktie, glaube ich, deutlichst höher bewertet. Nach Bayer haben wir, das müsste BASF sein, genau. Auch hier gab es ja am Freitag den Dividendenabschlag von 3,40 Euro und Sie sehen, dass die Aktie am Freitag durchaus positiv sich entwickelt hat. Wenn wir jetzt die 3,40 Euro noch drauflegen, dürfte die Aktie wieder im Bereich oder würde die Aktie im Bereich 50 Euro notieren. Kollege Küfner, der BASF-Experte ist, der sagt, Grundsätzlich sollte man hier auf jeden Fall dabei bleiben. Ist auch immer auf dem Niveau kaufenswert, weil sich das ganze Geschäft erholen sollte und damit auch die Aktie hier im Bereich, weiß nicht, kann ich einzeichnen? Ah, tatsächlich. Hier haben wir natürlich knapp bei 50,80 einen wichtigen Widerstand. Hier den Gap Close bei 52 und dann hier oben. Das wären die nächsten Ziele für die BASF-Aktie, wenn wir natürlich hier auch dieses Gap schließen sollten. Als nächstes dürfte Covestro kommen. Genau, da war ja auch, da gab es Zahlen und die fielen durchaus besser aus als erwartet. Die Aktie mit über 8% plus am Freitag, dann Tagesgewinner im Tags. Wir haben die Unterstützung im Bereich 36 erfolgreich verteidigt und jetzt geht es eben über die 40 Euro Marke möglicherweise heute. Die Kursziele wurden zum Teil leicht angehoben. Die Aktie notiert unter Eigenkapital und das ist eigentlich ja sehr ungewöhnlich für Covestro und auch hier ist mein Kollege Thorsten Küfner sehr positiv gestimmt und Sie sehen sehr schön. Das nächste Ziel nach dem Bruch des Gd 50 ist der Bereich um 44 Euro. Dann haben wir die Deutsche Bank. Sie haben es mitbekommen, am Wochenende wurde First Republic Bank von JP Morgan übernommen, um das Unternehmen zu retten. Die dritte Rettungsaktion, die wir mittlerweile gesehen haben und das zeigt dann doch, dass hier in dem Bereich ja einige Banken Schwierigkeiten bekommen haben durch den starken Zinsanstieg in den letzten Monaten. Aber auch diese Kuh ist jetzt vom Eis, auch das Schiff ist gerettet und ja, ich habe mich am Wochenende oder vor dem Wochenende am Freitag mit einem ja durchaus sehr erfahrenen Marktexperten unterhalten und er sagt, das Thema Bankenkrise in Amerika wird so wird es so nicht geben oder auch eine Ausweitung auf eine Finanzkrise nicht, weil man einfach dann die Banken schluckt, rettet, wie auch immer und deswegen ja, ist der durchaus positiv gestimmt, was den Sektor betrifft. Wir sehen jetzt hier bei der Deutschen Bank, die 10 Euro ist nach wie vor das Thema, da müssen wir drüber, die 200-Tage-Linie wurde wieder zurückerobert, die 50-Tage-Linie kommt näher, könnte natürlich ein sogenanntes Death Cross geben in den nächsten Tagen, aber noch ist die Geschichte nicht gegessen. Wenn wir einen starken Ausbruch über die 10 Euro sehen sollten, könnte man das nochmal abwenden und dann ja, würde der Weg natürlich hier in dem Bereich von 11,20 Euro, 11,30 Euro frei sein. Dann blicken wir auch noch auf Volkswagen. Hier haben wir einmal eine Grafik vorbereitet, die zeigt, dass BYD mittlerweile Volkswagen in China überholt hat. Man sieht es hier, China Automotive Market Share, die Volkswagen jetzt im Bereich von, ja, knapp zehn Prozent und BYD hat Volkswagen überholt und das, ja, Markante, das Besondere ist, BYD produziert nur Elektroautos und Volkswagen eben nicht und das, ja, ist kein gutes Zeugnis für die Volkswagen, für den Volkswagen-Konzern, für den China natürlich ein sehr, sehr wichtiger Markt ist und wenn wir die Tendenz seit 2020 sehen, ist das natürlich, ja, auch ein Grund dafür, warum die Aktie so schlecht performt. Wir werden es gleich auch nochmal in Frankfurt uns anschauen. Genau, den von Novichat haben wir leider nicht mehr dabei, macht aber nichts. Also, wir sehen, Allianz, die Versicherer, weiterhin sehr stark, neues, mehr Jahreshoch, der höchste Stand seit 2000 für die Allianz. Die Bayer-Aktie, wie gesagt, Ex-Dividende, aber wenn wir da die 2,40 Euro draufschlagen, wären wir auch über über 60 Euro. Eine BMW versucht es wieder, 104,70 Euro ist so der Bereich, wo wir hin müssen. Die Deutsche Börse nach dem, nach dem, ja, milliardenschweren Zukauf und den Zahlen kam die Aktie stark unter Druck, erholt sich wieder, immerhin. Deutsche Bank, wieder über 10 Euro, sehr positiv. Auch eine deutsche Post, die ja im Lebel-Depot und im Aktionär-Depot ist, kann sich wieder in Richtung Jahreshoch bewegen. Das ist dann natürlich auch sehr erfreulich. Auch eine Siemens Energy wieder bei 22,36. Gefällt uns technisch auch sehr gut. Schauen wir auf die zweite Tafel, da werden wir sehen, dass die Hannover Rück, auch hier dürfte jetzt ein neues Rekordhoch sogar sein, was die Hannover Rück betrifft. Eine Infineon, nach den schwachen Wochen, muss man ja sagen, auch hier geht es wieder für den Aktionär-Depot-Wert nach oben. Mercedes-Benz mittlerweile bei über 71, da gab es heute eine Hochstufung von Warburg mit Kursziel 108 Euro. Das sind 37 Euro vom aktuellen Niveau aus, also über 50 Prozent Kurspotenzial, was da Warburg Research sieht. In der Munich Re. Mittlerweile bei 342 Euro. Ja, the sky is the limit, nicht ganz. Es gibt noch höhere Kurse bei den Versicherern, aber die sind im Moment das Zugpferd, auch im DAX und werden gekauft, was das Zeug hält. Eine Porsche Holding. Am Freitag hat es ja zappenduster ausgesehen, da waren wir ja auf einem neuen Tief, Jahrestief unter, im Bereich 49 Euro. Auch hier heute der Versuch einer Erholung. Ansonsten, wenn ich mir, wenn ich mir die Kurse hier so anschaue, SAP ist ja im Hebeldepot mit 123,30 sehr ordentlich unterwegs, war aber schon bei 124. Siemens wieder über 150 Euro, das DAX-Schwergewicht. Halten wir uns darüber, wäre das natürlich auch ein neues Kaufsignal und Sie hören, da gibt es überall neue Hochs, Jahreshochs. Klar, und das bedingt natürlich, dass auch der DAX mit nach oben gezogen wird und sich möglicherweise hier, wenn wir dann zurückschalten auf die Tafel, wahrscheinlich bei 16.000 bald bewegt auch eine Simrise. Wie gesagt, immer einen Tick höher. Neues, Jahreshoch, 16.011 Zähler. Ich hatte mir das schon gedacht. Also, da waren wir jetzt dran. Jetzt kommt es natürlich darauf an, entscheiden für die nächsten Tage, dass wir uns darüber behaupten. Jetzt im Moment gab es natürlich gleich ein paar Gewinnmitnahmen. Das ist normal, dass wenn solche Rundenmarken angelaufen werden, dass hier erst mal einige Verkaufsorders drin liegen und dann schauen wir mal, ob es einen zweiten Anlauf gibt und ob der dann erfolgreich ist. Termine haben wir natürlich auch noch ein paar. Einmal die Geldmenge und die Konsumentenpreise in der Eurozone sowie die Kernrate natürlich zu den Konsumentenpreisen und am Nachmittag um 16 Uhr die Aufträge der Industrie. In den USA, wie gesagt, da erwarten wir eine Trendwende und das wäre durchaus auch positiv, auch wenn zu starke Konjunkturdaten immer wieder etwas Zinsangst herbeiführen könnten. Aber ich denke mal, das Entscheidende in der Woche sind ohnehin die Zinsentscheidungen der Notenbanken und da freuen wir uns schon drauf, wenn es dann ab morgen losgeht und wir werden Sie natürlich immer zeitnah informieren. So, das war heute eine Sendung ohne die gewohnte Technik. Macht aber nichts. Ich denke, wir haben das Maximale daraus geholt. Ich wünsche Ihnen gute Kurse, einen erfolgreichen Handelstag und bis morgen. Bis dahin. Ciao.